Ich würde sagen, es wird heute kein witziges Video, wie ihr es immer gesagt habt. Also, ja, mir reicht's. Also, ich will nicht mehr, also, ich habe jetzt schon gehört, dass die meisten halt sagen, dass ich jetzt aufhören soll mit YouTube. Und sie haben mich runtergedrückt, ihr habt es halt versucht. Jetzt habt ihr endlich das, was ihr wolltet, ihr habt es geschafft. Ich werde einfach aufhören, das reicht mir. Also, ja Leute, ich weiß, es ist jetzt blöd für euch, aber... Hater an euch alle, ihr habt es geschafft, ihr seid die Sieger. Nicht, ich hab's, ihr habt es geschafft, mich runterzudrücken. Ja Leute, also, ich muss mich lieber um meine Schule kümmern. Und, ja, ich könnte meinen Sport, meine Schule, die weiteren wichtigen Sachen... Ich werde halt für dumm beleidigt, dass ich halt zu jung bin dafür, auch wenn ich's gar nicht bin. Ich bin ja mit meinem Vater. Also, ich bin der Andreas ja auch nicht alleine. Und... Ich hab auch schon mit meinen Eltern darüber geredet. Mein Vater hat auch gesagt, wenn es ihm reicht, dass ich jetzt aufhören soll. Und dann hab ich auch gesagt, ich möchte nicht mehr. Weil die beleidigt mich halt für dumm, dass ich zu jung bin und so weiterhin. Ja... Und jetzt... Werde ich nur mal... ...s Abschied sagen. Glaubt ihr wirklich, dass ich meine Community verlassen werde? Ich glaub, ich spinne, ey. Leute... Ich sag euch eins. Ich werd zwar mal, irgendwann mal, wenn ich älter bin, noch mit YouTube aufhören. So, aber ich werd immer noch... ...im Team Sabrina bleiben. Es bleibt immer zusammen. Immer Team Sabrina. Meine Community wird nie kaputt gehen. Wird... Ich glaub, es hilft uns. Oder, Community? Schaut alle in die Kommentare. Ihr seid für uns... Ihr seid alle für das... Für die Familie Amiri da, oder? Ja. So. Hater. Ich werd's euch sagen. Alle... Fast alle... Sind in Team Sabrina. Und... Ihr werdet uns nicht schaffen, unterzudrücken. Ich würd sagen... Ciao. Das war meine Rede. Zumal... Berlin... Public téléphone... Business que ... knocking, der Garnetabung. нить drin, kein Mann aus steam.